Ich bin jetzt auf dem Weg zum D1, weil heute ist der Fußstumerstörer von dem ehemaligen Geschäftsführer vom D1. Und jetzt bin ich jetzt gerade wieder bei den Surfer. Hier, surfen wir alles schön. Jetzt hört man, jetzt hört man ganz wieser warm. Ich bin vorliegen mal professioneller, dass es mit Sicherheit ist. Weil ich bei einem Laufbau wäre es jetzt. Ja, genau. Und da ist er auch genug zu bilden.